Come on Monster, nobody but me. Heute ist ein sehr besonderer Tag. Denn es ist eine ganz bestimmte Beta rausgekommen, wie man es vielleicht im Hintergrund schon erkannt hat oder an dem Hashtag, was ich oben rechts in der Ecke gesetzt habe. Steep. Und Steep ist für mich nicht irgendein Spiel, sondern Steep ist für mich schon fast das Spiel. Das dickste Highlight, was im Dezember noch ansteht. Mit Last Guardian, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, Last Guardian und Steep, das sind die Titel im Dezember, meine Meinung. Wenn dieses Game nur halb so gut wird wie der Trailer oder das erste Gameplay, dann glaube ich, werde ich direkt nach der Beta das Spiel vorbestellen. Oder möchte ich euch mal nicht länger auf die Folter spannen? Vor allem mich nicht länger auf die Folter spannen? Ich will dieses Spiel jetzt zocken. Das wird unglaublich. Ich hab jetzt schon ganz aus, wenn ich nur dieses Bild da sehe, ganz ehrlich. Stopp mal. Leute, ihr kennt mich. Ihr habt ja jetzt echt gedacht, ich spiele so ein Spiel wie Steep. Einfach so. Falsch gedacht. Leute, ich bin bereit zum Zocken. Safety first. Wir wollen uns ja nicht verletzen beim Snowboard fahren. Der heutige Steep Beta Stream ist gesponsert von Burton. Trägst du keinen Burton? Trägst du keinen Burton? So, jetzt starten wir uns endlich in die Beta. Oh mein Gott, ich bin sowas von geholpt. Alter, wie das Spiel schon aussieht. Oh, fuck. Oh, shit. Oh, sag mir bitte, dass der ein Snowboard dabei ist. Oh mein Gott, der hat ein Snowboard dabei! Oh mein Gott. Ach du Scheiße, natürlich hat er direkt mein Sportgerät am Start. Wuhu! Komm, Digga. Steht einfach Steep drauf. Oh, das ist so hübsch, das Boot. Alter, ist das eine fette Rampe. Oh mein Gott. Geil. Kannst du mich gut hören, ja? Okay, also ohne umschweigen. Ich hab gedacht, was zu kassen und bin beeindruckt. Aber man, John, es ist nicht so hart wie möglich anzunehmen, um für sehen, was wirklich in dir steckt. Ja, rennen im Tiefschnee ist dumm. Ja, das ist meistens richtig schön. Alter, oh, dieser Ausblick. Holla, die Waldfee. Okay, ich bin jetzt schon platt. Der würde hier nicht runterspringen, oder? Ach du Scheiße. Ach, Wingsuit. Okay, ich dachte, jetzt hab ich jetzt hier mit dem Boot runterspringen. Wieder den Wingsuit aus, indem du RB gedrückt hättest, um das Boot zum Rad zu öffnen. Bewege dann LS nach unten, um den Wingsuit zu markieren. Wingsuit. Denk dran, deinen Flug und den Anflug kannst du dir jederzeit überwerfen, egal wo. Du brauchst nur einen Ort, der für den Absprung geeignet ist. Bewege LS nach unten, um deine Höhe zu halten. Bewege LS nach oben. Oh mein Gott, Alter, das ist nicht dein Ernst, oder? Bin ich gerade so auf die Fresse gefallen? Oh mein Gott, ist das lustig. Oh mein Gott. Die K.U. Oh, das ist knapp. Nein. Jetzt kommt ihr mit dem Batteri... Oh nein, jetzt kommt ihr mit dem Batteri wieder. Das ist doch nicht dein Ernst. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Das kann schief gehen. Bisschen höher. Achso, ich soll runter... Oh fuck. Shit, das tat weh. Okay, neun Start. Das macht so Spaß, aber ich mach das 100 mal. Jetzt sein muss. Okay, bisschen höher. Bisschen höher. Bisschen höher. Bisschen höher. Bisschen höher. Und jetzt. Bisschen höher. Kamehameha. Tch. Ey, ist das nice, ey. Oh mein Gott. Weil wenn das selbst durch die Brille schon so lässig aussieht, dann will ich nicht wissen, wie das wirklich aussieht. Oh mein Gott, endlich bohden, Digga. Uhuhu. Ja, Mann. Oh Gott, ist das geil, Alter. Bisschen karpfen, bisschen karpfen. Oh, der fährt genauso wie ich, ey. Nur besser irgendwie. Scheiße, geht doch nicht. Alter, geht das in First Person? Oh mein Gott. Alter, das Spiel geht in First Person. Oh, wie geht euch denn da durch? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein... Aua! Okay, gegen den Mast sollte ich bestenfalls nicht fliegen. Ich bin schwer, dieses Loch da zu treffen. Das wird schießen. Oh man, das war die falsche Richtung. Wie der... Wie der jedes Mal in diesem Schnee... Oh scheiße, ist das mal falsch rum. Falsch rum, falsch rum! Oh, war das knapp. Alter. Ohohohohohohoho. Komm, bitte, 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 bitte. Das muss aber klappen. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ich bin zu schnell. Oh mein, das was wird. Boah! Komm, Alter, einer noch. Ein letzter, komm. Oh mein Gott, wer ist das? Wer ist dieser? Nein, ich bin zu flach. Oh man, nein. Ist das schlecht, ey. Ich hätte den letzten auch noch reißen können. Egal. Goldmedaille gewonnen. Naja, geht doch. Warum nicht? Oh mein Gott, spring. Endlich. Oh mein Gott. Das wird jetzt wichtig, Leute. Das wird wichtig. Oh, der war gut. Oh, der war richtig gut. Oh! Kleiner war. Ah, scheiße. Oh! Was war das für ein Trick, Alter? Tja, Leute, ich würde sagen, für den ersten Eindruck, Steve, reicht das Ganze. Denn ich will euch natürlich noch nicht zu viel von der Beta zeigen. Ich selbst habe noch nicht mehr gezockt. Ich würde einfach sagen, dass ich an dieser Stelle erstmal aufhöre. Das als kleinen Teaser auf die Beta. Und vor allem auf den Twitch-Live-Channel von Beardbro einmal hinzuweisen. Und ich würde sagen, der erste Eindruck von dem Spiel, sehr vielversprechend. Jeehoo! Jeehoo! selfish! Ich habe meinIR Eigen. Es ist ja alle Neues. Ich habe meinUE Monster.